Hi zusammen, ja aus Sicherheitsgründen möchte ich euch darauf hinweisen, dass bei falscher Nagelmodellage bleibende Schäden und Krankheiten zurückbleiben können. Aber jetzt machen wir weiter mit der Nagelverlängerung. Ihr habt ja schon das Video gesehen, wie man sich die Nägel verstärkt mit Gel und bei der Nagelverlängerung sind das im Prinzip die gleichen Grundschritte. Erstmal die Nagelhaut zurückschieben, dann anrauen und dann natürlich Primer und Bonder auftragen und die Ränder immer sauber halten. Das gleiche habe ich jetzt auch hier gemacht und nun kommen wir zum Verlängerungsteil. Da verwende ich jetzt den Bilder dazu, also das Aufbaugel und solche Schablonen. Es gibt auch noch andere Schablonen, solche Metallschablonen, die man immer wieder verwenden kann. Habe ich jetzt aber noch keine Erfahrung damit gemacht und ich finde diese hier sehr gut. Sind auch nicht teuer, gibt es im Internet, in Ebay und das sind eben solche Aufkleber, die man genau, wie ich das jetzt hier mache, vorbereitet. Und dann ist hier jetzt der wichtigste Schritt, ihr solltet das wirklich, wirklich gut anlegen und zwar unter den Nagelansatz. Also das eignet sich halt am besten, wenn man schon ein bisschen einen kurzen Nagel hat, also eine kurze weiße Fläche, dann einfach unten zusammenbiegen und oben festkleben, wie ich das gemacht habe. Und wenn es nicht hält, könnt ihr noch Teaser zur Verstärkung hinzunehmen. So und nun kommen wir dann zum Gel. Woher ich das alles habe, den Gummipinsel, den ich hier verwende, das Gel und die Schablonen und so weiter, das findet ihr alles bereits auf meinem Kanal in meiner Playlist Nail Design. Und wie ihr hier seht, trage ich das Gel jetzt an der Nagelkante besonders sauber auf, also auch links und rechts, damit es so richtig schön ummantelt ist, bis hin dann auf die Schablone. Also da gehe ich jetzt wirklich so zwei Millimeter oder so drüber auf die Schablone. Das ist ja dann die Nagelverlängerung. Also die ist nachher durchsichtig, weil die aus Gel besteht. Und natürlich müsst ihr auch noch den Aufbau auf dem restlichen Nagel machen und dabei wieder darauf achten, dass die Mitte des Nagels, also der rosanen Fläche, am dicksten ist. Das Ganze dann anschließend zwei Minuten voll aushärten im UV-Gerät. Und dann könnt ihr die Schablone abziehen, könnt ihr etwas vorsichtiger machen, so ich das jetzt hier gemacht habe. Aber im Prinzip hält das sehr, sehr gut. Und das sieht dann so aus. Ja, und das Ganze dann einfach nur noch in Form fallen, das heißt vorne kürzen und links und rechts noch ein bisschen zurecht fallen. Und dann habt ihr eure Nagelverlängerung. Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht, das Video hat euch gefallen. Und ansonsten, wenn ihr noch wissen wollt, wie es dann weitergehen würde, dann könnt ihr jetzt einfach auf das Video klicken oder auf den Link in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Ciao!